hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge und zwar der zweiten folge von deadcore hier gestartet vielleicht sieht man schon hier unten habe ich glaube ich ein bisschen weniger gebraucht ich habe gerade die letzte zeit nicht im Kopf weil ich muss das leider alles gerade nochmal machen aufgrund von böden speicherpunkten und so aber wir sind auf jeden fall hier stehen geblieben und es sieht jetzt erstmal gar nicht so schwer aus dass sie so einfach ausschießen und hier möglichst schnell rüber huschen und deswegen ist jetzt auch erstmal ein bisschen in längerer zeit nichts mehr gekommen tut uns leid denn da war leider nicht allzu viel machbar hier sind es richtig okay also scheinbar müssen wir hier rüberspringen also hier sind jetzt wieder zwei wege ich nehme mal den hier alter nein weiter wieso funktioniert das zweite das letzte das dann Ja! Oh mein Gott! Okay. Äh... Da. Wenn nicht getroffen werden. Jetzt. Oh. Alter. Okay. Da. So, ähm... Ich hab das Gefühl, wir müssen das Teil oben jetzt ausschließen. Ich hab das Gefühl. So. Äh... So. Ja. Nein. Alter. Vielleicht sollten wir... Nach vorne springen. Wenn wir dieses Teil da überschreiten. So. Ja. Ja. Das hat funktioniert. Danke. Was ist das denn? Okay. Hä? Geht nicht weiter. Äh... Hä? Hä? Wenn ich jetzt runterspringen würde, dann würde ich doch sterben, oder? Oh. Fehlt hier irgendwas oder so? Pfff. Äh... Okay. Ich versuch's mal. Äh... 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 So. Okay. Ich versuch's halt nochmal. So. Nein. Nicht ganz. Okay. Warte. So. Dann ist sie aus. Äh... Ich bin gerade über das Teil drüber gesprungen. Also über dieses Feuer. Ja. So. Und... So. Jetzt. Laufen. Nach hinten. Und... Hier. Okay. Jetzt mal ganz im Ernst. Wie sollen wir denn da hinten hinkommen? Warte. 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 Boah. Alter. Das hab ich ja mal gar nicht gesehen. Oh. Ja. Okay. Das klingt... logisch. Oh. Da haben wir Level 2 geschafft. Aber wir machen natürlich noch weiter. Äh... Wir sind ja nämlich so lange. Erst 5 Minuten oder so. Ja. Ähm. So. Da... Warte. Ist hier wieder? Nein. Äh... Ne. Erro. Möglich. Fern. Nötigt. Energie. Was? Okay. Ich schätze mal, wir sind... Da können wir nicht hin, oder? Nein. Also... Runden. Alter! Ja. Was heißt so typisch? Erstmal da runterlaufen. So. Und... nochmal springen. Und... Auf den Check rein. Oh. Scheiße. Das sind diese... Diese Schützer. Äh. Hä? Alter. Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hö. Hä? Sprint. E. So. Oh mein Gott. Das machen wir so. Also mit E kann man sprinten. Alter! Ach so. Hier unten. Hier links neben der Munitionsanzeige, da... Da sieht man so einen Orangenen oder Gelben Energiestrahl. Kann ich jetzt E drücken? Das heißt, ich kann mehrmals zentereinander eh drücken. Ja, kann man. Alter. Okay. Achso. Warte mal, nirgends. Ach, das ist die andere. Ah, no. Warte mal. Kann ich auch eh gedrückt halten? Ja, kann ich. Achso, okay. Aber dann muss ich wieder aufgeladen. Begrenzt. Ja, okay. Was ist los? Haben wir gerade herausgefunden. Oh, hier sind wieder diese Teile. Achso. Oh, das wird ja jetzt immer komplizierter, Alter. Nein. Auf. Böse. Biss dich. Auf. Oh, diese Teile, ne? Komm her. Los, komm. Komm. Los, komm. So. Alter. Und warte mal. Oh. Äh. Nach vorne. Nein. Okay, da hatte ich keinen Double Jump mehr. Und warte mal. Schnell. In dem vorbei. Komm her. Los, komm her. Alter. So, und. So. Noch mal springen. Und so. Alter. Oh. Warte. So, und. Nein. Nicht ganz. Ja. Jetzt aber. Alter. Okay. Warte, das Teil öffnet sich und geht wieder zu, oder was? Ja. Okay, warte, dann jetzt. Oh. Oh. Okay. Das hier ist einfach. Das Teil aufmachen und... ...Vertual, Hürden, Besuche, Gefahr. Ja, ist nicht gut. Warte. Gehen die Wände jetzt jetzt. Alter. Ja, gehen sie. Okay, die Wände gehen also zusammen. Wir wissen da scheinbar ziemlich schnell durch. Nein. Warte, haben wir dafür überhaupt genug Energie? Warte, so. Nein. Okay, warte mal. Hm. Vielleicht so weit wie möglich rennen und dann... Jetzt! Nein. Vielleicht... Okay, warte. Ich hab mir jetzt gedrückt. So, und... Gedrückt, Alter. Alter, das wird krass. Vielleicht, wenn ich... Ähm... So. Ja! Okay, also lösen wir zweimal. Antippen. Mit einem geringen Zeitabstand. Oh, nö. Alter. Boah. Warte, ich versuche es einfach nochmal mit dieser Zweier-Taktik. Vielleicht funktioniert das ja. Ja! Okay, das ist gar nicht mehr so schwer. Hauptsache, Leute kommen jetzt nicht noch mehr von diesen Teilen. Ich hasse dich. Äh. Warum ist denn da oben auch noch eins? Läu. Ja. Das heißt, wir können es auch so... Ja. Okay. Dann, äh... Schnell durch. Huh! Okay, dafür ist das Zeug gewesen. Weiter, was ist das denn hier überhaupt? Hä? Durch? Okay. Schnell durch. Boah, Alter. Okay, das muss man also währenddessen ausschießen. Komm! Okay. Ja, komm mal. Das ist zu einfach. Äh, was ist das? Achso, man muss da hinten hin. Oh. Boah, Alter. Boah, Alter. Okay. So, jetzt sind wir mal eins. Tschüss. Hi, buddy. So. Ja. Wir sind... ... Nein, nein, nein! Oh Mann! Okay, warte. Es geht so lange im doppelten Dimension aus. Wenn wir es nicht gleich schütteln können. So, warte. So. Und so. Okay. Das geht auch wieder zu. Okay. Ah, noch nicht. So. Ja. Äh. Ach, warte mal. Loll. Nein, nein, nein. Äh, ich nehme mal... Ah, hier ist schon fein. Den Weg. Nein, warum bin ich gesprungen? Ja, den noch. Alter. Okay, das geht ja noch. So, dann werde ich ja ausschließen und sprengen. Ist ja eigentlich nicht so schwer und äh... Äh... Oh. So. Ich glaube, hier runterfallen wird... Ah, okay. Hier runterfallen wird nicht so viel gewesen. So, hier ist jetzt... Warte, komm. Oh, mehrere von... Okay. So, und hier hoch. Achso. Warte. Ist das jetzt auch so zeitbegrenzt? Ich hoffe noch nicht. Doch ist es. Alter. Warte, ich habe mal einen Checkpoint. Nö. 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 Neue Track freigestaltet. Yay. Wow. Pfff. Was hat sich hier jetzt gelohnt? So. Guck mal hier. Höh. Kommt man ja mittlerweile sehr, sehr schnell durch. Hier sollten wir jetzt... ein bisschen beeilen. Und nochmal. So und so. Und äh... Und äh... Was hast du diese Teile? Das ist ja... Voll mit Timing und so. Okay. Äh... Jetzt. Oh! Okay. Oh man. Jetzt hätten wir vielleicht nicht so versucht. Jetzt hätten wir vielleicht nicht so versucht. So, jetzt. Springen! Okay. Springen. Und durch. Und springen. Und nochmal. Und springen. Und... Ja. Guck mal. Was geht hier eigentlich noch? Voll. Was sind das hier so Teile? Einmal ne Dekoration oder was? Fühlen und decken Geheimnisse. Was? Okay. Aber die können wir ja nicht aktivieren. Haben wir ja gerade eben schon gesehen. Wieso irgendwas? Hä? Nein. Muss man da irgendwas Bestimmtes machen oder so? Ich glaube nicht. Alter. Ich glaube schon. Die Frage ist nur was. Oh. Oh. Nein! Aber das ging schnell. Oh. Springen! Durch! Springen! Durch! Nein doch nicht. Nein doch nicht. Okay. Springen! Okay. Springen! Jetzt! Alter! Okay. Da oben bei diesen Teilen müssen wir scheinbar ein bisschen mehr beeilen. Ich würde den hier können wir auch doppelt nehmen. Und den hier ebenfalls. Oh! Ich habe vergessen zu drücken. Und... Schuss! Oh! 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 Oh mein Gott! so und springen und springen und aktivieren springen und noch mehr springen und noch mehr springen und noch mehr springen alter das erschreckt ja teilweise ok und hier ist jetzt scheinbar auch so was wie timing gefragt so warte und jetzt ja das sieht gut aus oh alter ist da aus um hier schnell links zu kommen und davon sind diese kanonen warte wir sollten es vielleicht bei auch hier sind wir wieder ich kann noch einmal hier unten so und ich zeig sie jetzt hier doch es aktiviert sich oh mein Gott warte 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 weg da äh was was ich nehme dir einen einfach zu peter so und jetzt machen wir diesen Weg und das da aus nein das da aus und da vorne können wir einfach drauf vorbei laufen aber dieses Teil ist da was das hier ah warte noch warte noch warte wird ihr es ist zu spät dass wir wohl Prozent nächste Folge machen ich hoffe man es ist so also um den Bereich nicht vielmals fürs zuschauen und ich hoffe ihr seid auch ist wohl wieder bei der Tco